Meran Wine Festival in Wien. Wien ist eine besondere Stadt. Es fließen verschiedene Kulturen zusammen und ist sicher für jeden Weinproduzenten was ganz Besonderes. Hier in Wien mit dieser Vielfaltigkeit von Kultur, aber auch von Geschichte. Hier, als Kammerer Italien-Tedetsche, zusammen mit Gourmet International, organisieren wir dieses Event, das jetzt ist ein freundliches Gespräch, mit einem Gespräch von austriischen Automatoren, distributors, restaurateurs und Stampe, um die Eccelnisse italienische Erkrankungen zu einem Austriischen Publikum. Sprech and Kenia Es ist eine sehr interessante und sehr wichtige Initiative. Merano erzeugt die principale Produkte von Wiener in Italien und hier eine sehr interessante Selezione, sehr interessante, dass in einer Kapitale wie Wiener, die unter dem Profil der Qualität ist und sicherlich eine der größten Kapitale in Europa, ich glaube, dass eine italienische Präsentation auf diesem уровне qualifiziert sich ein ganzes Sektor, das auch im intersammenswert zwischen den beiden Ländern sehr wichtig ist. Die Auswahl der Weine, die hier in Wien präsentiert werden, wird natürlich von The Wine Hunter vorgenommen. Das heißt, es ist eine Garantie für die Qualität gegeben und das ist die Grundvoraussetzung für jeden Produzenten, der in Wien ist. Also die Qualität ist die Basis und wie schon Antoine de Saint-Exupery sagte, das Wesentliche ist für das freie Auge unsichtbar. Und man entdeckt es mit dem Herzen und so ist es auch bei dieser Veranstaltung in Wien. Man entdeckt es mit dem Herzen, man entdeckt die Weine und die Geschichten und die Geheimnisse dahinterstecken mit dem Herzen.